Die Zeit vor Weihnachten ist die Zeit des Bockbiertrinkens. Ich freue mich, wenn ich mit euch ein Bockbier trinken kann und wenn ich frohe Weihnachten wünschen kann. Denn als Bierpapst habe ich Segenswünsche zu sprechen. Den Segen über das Bier, den Segen zu euch, den Segen allen, die gerne ein gutes Bier haben. Jetzt ist die Zeit es zu trinken. Ich trinke. Ich hoffe, ihr trinkt alle mit und frohe Weihnachten und ein Happy New Year.